Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video möchte ich mal auf eine Zuschauerfrage eingehen oder wir werden sagen mehrere Zuschauerfragen, die ich immer wieder bekomme, jetzt auch wieder aktuell bekommen habe. Und zwar, Marc, was verwendest du für Stative? Kannst du mal ein Video dazu machen und vor allen Dingen die Erfahrungen von dir uns mitteilen? Ja, werde ich das jetzt hier mal tun. Das ist ein Video, wo ich mich schon lange vorgedrückt habe, denn die Geschichte wird ausführlich. Denn ich habe extrem viele Stative schon besessen und muss leider sagen, es gibt extrem viel Schund auf dem Markt. Und was ich auch mittlerweile festgestellt habe, die Markennamen auf diesen Stativen sind mitunter gar nicht mal so von Bedeutung, da viele Hersteller dieselben Produkte im Angebot haben und natürlich dann auch in anderen Namen verkaufen. Ich werde mal Folgendes machen. Ich stelle euch die Stative vor, die ich am häufigsten verwende und arbeite mich rückwärts zu den Stativen, die ich nicht mehr so oft verwende und gebe halt zu jedem Stativ etwas meinen Senf dazu. So beginnen wir als erstes mal mit einem Stativ, was ich am meisten verwende. Das wäre dieses Stativ hier. Dieses wird unter vielen Namen gehandelt. Am günstigst bekommt ihr es unter dem Namen Amazon Basic Stativ 1,70 Meter oder 170 Zentimeter. Es wird aber auch von Raveli angeboten und einigen anderen Herstellern. Eigentlich ist es im Großen und Ganzen ein Aluminium-Stativ, also ein sehr, sehr, sehr massives Stativ und auch ein sehr, sehr, sehr schweres Stativ, was mit verschiedenen Köpfen daherkommt. Der Standardkopf, der meistens bei diesem Stativ aufmontiert ist, ist dieser hier. Ein sehr simples System, aber sehr robust, sehr massiv. Und wenn ich den erstmal richtig festgezogen habe, hat er auch seine Position und bleibt da, wo er ist. Allerdings mit diesem Kopf ist dieses Stativ, wie gesagt, extrem schwer, kaum noch zu transportieren. Also eher was hier für den Heimeinsatz. Deswegen habe ich hier bei diesem Stativ eine kleine Änderung vorgenommen. Ich kaufe mir meistens dieses Stativ, ich habe mehrere davon und besorge mir sowas nochmal dazu. Das ist der Jemite Universal Stativkopf. Warum nehme ich den? Weil das ganz einfach der günstigste ist, der im Moment so im Großen und Ganzen zu erhalten ist. Also dieser Stativkopf liegt so im Schnitt zwischen 18 und 30 Euro. Macht aber einen sehr robusten Eindruck, ist wahnsinnig massiv gefertigt und möchte auch behaupten, sehr zuverlässig. Für diesen Preis ist das ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Stativkopf. Und vor allen Dingen ist für mich sehr wichtig bei diesem Stativkopf, wir haben hier oben eine Standardwechselplatte, die ich für wenig Geld nachkaufen kann. Bei vielen ausländischen Händlern, aber teilweise auch auf Amazon, kann man diese Wechselplatte schon für 2 bis 4 Euro nachkaufen. Das ist für mich sehr wichtig, denn bei vielen Stativen da hinten sind die Wechselplatten so teuer, dass ich teilweise sogar ein neues Stativ nachkaufen kann. Wichtig auch bei dieser Wechselplatte, sie hat ein Standardmaß und zwar eine Aufnahme von ca. 36 bis 38 Millimeter. Das kann etwas schwanken, ist aber nicht so schlimm, denn wir haben hier bei diesem Stativkopf die Möglichkeit, kleinere wie größere Platten zu spannen. Das heißt, wir können hier 5 bis 6 Millimeter variierend nachstellen. Wie gesagt, diese Platte kriege ich günstig nachzukaufen. Das verwende ich dann sehr gerne, wie gesagt, hier mit diesem Amazon Basic Stativ. Die Kosten für dieses Stativ, sagen wir einfach mal in der Ausführung mit diesem Kopf hier oben drauf, liegen bei ca. 59 bis 70 Euro. Der Preis ist stark schwankend, aber so in der Dreh liegt dieses Stativ. Es gibt es auch mit anderen Köpfen, dann wird es nochmal etwas billiger. Da könnte es sogar sein, dass ihr dieses Stativ schon für um die 50 Euro bekommt und habt dann teilweise schon hier so ein Kugelkopfsystem aufgebracht. Wie gesagt, ich bevorzuge mittlerweile diese Kugelkopfsysteme, weil sie klein, leicht sind und einfach zu verstellen und damit auch in meiner Tasche nicht arg so groß. Diese Systeme benutze ich nur, wie gesagt, wenn ich im Innenraum filme als Studiosysteme, weil einfach zu schwer. Auch schön bei diesem Stativ, warum ich es auch sehr gerne verwende, ist die Tatsache, ich kann hier unten an dem Stativ einen weiteren Kugelkopf und einen weiteren Stativkopf einfach aufbringen, indem ich den einfach hier unten anschraube. Vorteil von dieser ganzen Geschichte, habe ich dieses getan, kann ich nun auch eine Kamera hier unten hängend positionieren. Das ist natürlich hervorragend, somit kann ich auch bodennahe Aufnahmen mit diesem Stativ machen. Auch schön bei diesem Stativ, wir haben hier einfach ein Schnellrastsystem, wir können einfach diesen Hebel herunterdrücken und können dann quasi die Beine in mehreren Stufen, ich zeige es euch einfach mal, klick, rastet es ein, klick, rastet hier ein und klick, rastet hier ein, feststellen. Und damit habe ich das Stativ sehr schnell einsatzbereit. Was mir halt auch an dem Stativ sehr wichtig ist, wir können die Beine quasi fast, ich möchte bald sagen, wegstehend vom Stativ einrasten und können das Stativ dann bodennah damit aufstellen. Dann haben wir hier noch eine massive Aluminiumstange und damit können wir, wie gesagt, dann nochmal die Höhe um circa 30 Zentimeter erhöhen oder verringern. Auch schön bei dieser Stange, habe ich die erstmal festgezogen, steht die ganze Sache richtig bombenfest. Dieses Stativ würde ich empfehlen für Kameras bis zu 3 oder 4 Kilo. Ich glaube, der Hersteller gibt hier sogar 6 Kilo an, wer das machen möchte, bitte. Ich sage so 3 bis 4 Kilo sind mit diesem Stativ machbar, also kann man hier auch mal eine schwere DSLR drauf oder einen schweren Camcorder drauf bringen mit ordentlichem Objektiv und Zusatzmaterial, ohne dass einem gleich die Geschichte umkracht. Also wie gesagt, das ist mein absolutes Lieblingsstativ, wie gesagt, in verschiedenen Varianten erhältlich. Und wie gesagt, im Indoor-Bereich benutze ich gerne noch diesen Stativkopf dazu, der ist im Lieferumfang bei manchen Systemen dann wie gesagt enthalten. Auch schon beim Basic-Stativ, beim Amazon Basic-Stativ, wir haben hier von dieser Wechselplatte zwei Stück im Lieferumfang. Gerade Wechselplatten sind sehr wichtig für uns, die sind nämlich sauteuer, wenn man sie nachkaufen muss. Auch diese Wechselplatte ist noch nachkaufbar, auch sehr wichtig, denn bei manchen Stativen findet man diese Wechselplatten ja überhaupt nicht. Ein Kritikpunkt bei dem System ist folgender, wenn ich hier einen Camcorder aufbringe, ist das System 100%ig top oder super geeignet. Das sehen wir einfach, wenn ich hier den Camcorder einfach mal drauf halte, denn der Camcorder liegt schön auf dem System auf. Und ich komme, was ganz wichtig ist, hier an diesem Seitenhebel hervorragend dran. Habe ich allerdings hier eine DSLR aufgebracht, die dann wahrscheinlich so über das System übersteht. Und dann habe ich das Problem, dass ich hier eine ganz schöne Fuggelei bekomme, um jetzt diese Platte zu lösen. Denn dazu muss ich hier diesen Feststellregler lösen, hier drüben diesen Arretierungsknopf drücken und dann kann ich erst diese Platte entnehmen. Das könnte, wie gesagt, bei DSLRs etwas fuckelig werden, ist aber machbar, da dieses System ausziehbar ist und man kann es dann frei durchdrehen. Es ist halt etwas fuckelig, deswegen benutze ich dann lieber, wie schon gezeigt, hier diese Kugelkopfsysteme. So, ein nächster Kandidat, den ich sehr, sehr gerne verwende, ist dieses Teil hier. Das ist das Ravelli Photo AVTP Kamerastativ. Hier seht ihr es mal im komplett ausgefahrenen Zustand. Das ist ein wahnsinnig massives Stativ, wahrscheinlich eins der massivsten Stative, die ich überhaupt im Moment in meinem Programm habe. Hier allerdings ein kleiner Vorteil. Wir sehen hier den Stativkopf dieses Statives. Und ich zeige euch nochmal den Stativ des Amazon Basic Stativs. Ich zoome einfach mal drauf. Hier hinten steht es. Wir sehen, es ist genau derselbe Kopfvorteil bei dieser Geschichte. Ich habe hier und hier dieselben Wechselplatten und habe hier quasi ein System, was untereinander kompatibel ist. Wichtig zu sagen bei diesem Stativ, dieses Stativ benutze ich für sehr, sehr schwere Systeme und auch meistens nur im Indoor-Bereich. Denn es ist wirklich verdammt schwer, dieses Stativ. Ich schätze es mal auf fast 10 Kilo, 8 bis 10 Kilo. Vorteil von diesem Stativ, wir können hier oben bis zu 12 Kilo draufpacken. Das heißt, hier haben wir ein richtig massives Stativ, was absolut bombenfest steht und wo wir wirklich wahnsinnig schwere Systeme aufbringen können. Auch sehr schön bei diesem Stativ. Es lässt sich relativ gut noch transportieren. Das heißt, ich klappe es einfach mal zusammen. Wir können es extrem schnell zusammenbauen. Wir haben hier dieses Drehsystem. Dann können wir einfach hier diese Rohrkonstruktion zusammenschieben. Und können es in dieser kompakten Form noch transportieren, sofern man das noch als kompakte Form bezeichnen kann. Wie gesagt, es ist nichts für größere Reisen, denn hier hebt man sich fast einen Bruch an diesem System. Wie gesagt, nur für den Studioeinsatz geeignet, wird aber von mir sehr gerne genommen. Es hat einfach nur einen Kopf, den man hier standardgemäß feststellen und lösen kann. Aber dann dafür, wenn ich den erstmal festgestellt habe, bleibt er wie er ist. Und das ist für mich sehr wichtig. Gerade bei den Billigstativen kippen mir dann immer ganz schnell die Kameras ab. Und das möchte ich überhaupt nicht haben. Um den Preis dieses Stativs noch zu nennen, der lag, wo ich es gekauft habe, bei ca. 150 Euro. Wie gesagt, das sind nur ca. Angaben. So, als nächstes quasi als Gegenspieler zu dem Ravielli-Stativ habe ich hier. Das ist das Alpha 9000. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen ähnlich aufgebaut wie hier dieses schwere Ravielli-Stativ. Allerdings, es wiegt nur die Hälfte. Das ist so um die 3 bis 4 Kilo schwer. Also wesentlich leichter als das Ravielli-Stativ. Das heißt, hier dieses kann man auch mal mitnehmen. Hat aber auch noch einen Fluidkopf. Ich möchte euch das hier einfach mal zeigen. Wir lösen diesen Kopf hier an den Seiten. Wir können ihn jetzt quasi schön gedämpft bedienen. Und wir können mit diesem Kopf auch folgendes machen. Er schwenkt alleine in die Ausgangsposition zurück. Das funktioniert auch relativ zuverlässig. Also mit diesem Stativ hatte ich in dieser Hinsicht noch keinerlei Probleme. Was bei diesem Stativ wichtig zu erwähnen ist, das Stativ hat nicht dieselbe Tragkraft wie hier hinten das Ravielli. Auf dieses Stativ würde ich maximal 6 bis 10 Kilo schwere Systeme aufbringen. Ich kann es euch mal im auseinandergebauten Zustand zeigen. Wir merken schon hier beim Ausklappen der Beine. Diese sind bei Weitem nicht so stabil wie bei dem Ravielli-Stativ. Aber es ist immer noch ausreichend. Dieses Stativ kostete mich so um die 129 Euro. Der Preis ist hier auch sehr stark schwankend. Teilweise gibt es es nicht mehr auf dem Markt. Manchmal hat man es wieder auf Ebay. Es ist schwer im Moment dran zu kommen. So, hier, das ist das Stativ ausgeklappt. Circa 1,60 Meter hoch. Ich glaube, der Hersteller gibt hier 1,56 Meter an. Noch ein Vorteil bei diesem Stativ. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem Ravielli. Ich hole es einfach nochmal her. Bei diesem hier können wir den Kopf nicht mehr umpositionieren. Aber hier bei dem Alba 9000 haben wir hier unten eine Art Konus. Den kann ich lösen. Und jetzt können wir quasi hier nochmal einen kleinen Ausgleich schaffen. Wenn die Kamera quasi schief steht, kann ich das hiermit kompensieren. Das gefällt mir sehr gut. Das hätte ich mir gerne auch bei dem Ravielli gewünscht. Habe ich aber leider oder ist leider da nicht vorhanden. Hier kann man aber nochmal einen kleinen Feinausgleich der Kamera vornehmen. Und kann dann, wie gesagt, die Kamera nochmal gerade stellen. Hier haben wir auch noch ein anderes Problem. Die Wechselplatten. Ich habe mir hier selber welche gebaut. Ich kann sie euch einfach mal zeigen, indem ich sie entnehme. Das hier ist quasi eine selbstgebaute Platte von mir. Das heißt, ich habe mir einfach eine kompatible Platte gekauft. Aufnahme ist in diesem Fall 50 Millimeter. Wichtig, wir brauchen hier diverse Stege, dass die Kamera nicht quasi im gelösten Zustand aus dem Stativ rausrutscht. Und da habe ich mir hier einfach selber geholfen, indem ich mir hier einen Steg einfach selber eingebaut habe. Und mir das System so angepasst habe, dass es hier in dieses Alpha 9000 einpasst. Ich kann euch mal das System auch nochmal zeigen. So, hier seht ihr die Aufnahme des Alpha 9000. Hier können wir quasi dann einfach die Wechselplatten einschieben, bis sie einrasten. Dann, wie gesagt, wichtig ist, dass wir hier diese Nasen drin haben, dass die Kamera hier jetzt nicht runterfallen kann. Erst wieder, wenn wir hier hinten den Rastknopf drücken, können wir dann quasi dieses System entnehmen. Das ist wichtig, wenn ihr hier andere Platten kauft, die diese Rastnasen nicht haben, kann es sein, wenn ihr hier drüben diese Verriegelung löst, rutscht euch die Kamera runter. Das ist halt ein Nachteil bei diesem Stativ. Man kommt, wie gesagt, sehr schlecht an die Platten dran. Ich habe nur einen Hersteller gefunden, der die Originalplatten von dem Alpha 9000 anbietet. Und der Preis ist in meinen Augen eine Frechheit. Der will teilweise über 50 Euro für so eine Wechselplatte haben. Das sehe ich nicht ein. Deswegen benutze ich dieses Stativ, wie gesagt, nicht gar so oft und nur im Innenraumbereich. Und ich kann eigentlich gerade von dem Punkt der Wechselplatten nur von dem Stativ abbreiten. An sich ist das Stativ wirklich perfekt geeignet. Aber wenn jemand mehrere Wechselplatten für ein Stativ benötigt, ist dieses Stativ definitiv eine falsche Wahl. Denn hier bezahlt ihr euch bei den Wechselplatten dumm und dämlich oder ihr müsst euch, wie ich es hier tue, selber welche bauen. So und damit haben wir eigentlich schon die schweren Stative durch. Jetzt kommen wir mal zu den etwas leichteren Stativen. Da hätten wir dieses hier. Das ist auch wieder ein Amazon Basic Stativ. Preis circa 45 bis 50 Euro. Es ist ein Vollaluminium Stativ mit einem verbauten Kugelkopf. So hier noch ein paar technische Daten zu dem Stativ. Wie gesagt, es hat einen Kugelkopf mit einer Standardaufnahme, circa 36 bis 38 Millimeter breit. Vorteil von diesem Stativ ist es extrem leicht. Ich würde sagen unter 2 Kilogramm. Und auch ein Vorteil von diesem Stativ, laut Hersteller bis zu 4 Kilo Draglast kann es nehmen oder aufnehmen. Allerdings muss ich hier schon gleich auf einen kleinen Schwachpunkt zu sprechen kommen. Dieses Stativ steht nun nicht mehr arg so sicher wie die vorhin vorgestellten Stative. Vorteil allerdings, dieses Stativ ist wie gesagt sehr leicht. Ich kann es schnell überall mitnehmen. Es ist im zusammengeklappten Zustand sehr klein. Es ist sehr schnell zusammenklappbar. Ich zeige es euch einfach mal. Wir nehmen hier diese Beine, klappen sie nach oben, haben hier so eine Art Schraubverschluss, können diese Beine ganz schnell zusammenschieben. Und damit haben wir dieses Stativ wirklich in Windesteile quasi zusammengebaut und können es in dieser kompakten Art und Weise dann sehr schnell überall hin oder mit hinnehmen. Auch schon bei diesem Stativ, gerade in diesem Preissegment. Wir haben hier auch noch ordentliche Standfüße, Gummistandfüße. Wenn wir diese zurückschrauben, haben wir hier auch Erdspieße. Das ist alles noch ordnungsgemäß vorhanden. Also dieses Stativ ist eigentlich ein schönes Einsteigerstativ für den Anfänger-Youtuber, der ein bisschen was Besseres haben möchte. Auch schön, wir haben hier unten noch einen kleinen Gerätehaken. Der hat sogar einen Vorteil, den nutze ich gerne folgendermaßen. Ich hänge hier mein Kamera-Equipment ein und durch das hohe Gewicht des Equipments wird das ganze Stativ nochmal etwas stabilisiert und wackelt nicht arg so sehr herum. Auch schön bei diesem Stativ, wir können dieses Stativ auch wieder für die Überkopf-Montage verwenden. Dazu einfach die Beine quasi auf die andere Seite klicken. Jetzt können wir das Stativ hier quasi frei bewegt auf den Boden stellen und hier unten eine Kamera einhängen. Verlasst euch da aber bitte nicht zu sehr auf das Stativ, da die Beine hier in dieser Position nicht mehr einrasten, sollte man eventuell hier keine größeren Experimente fahren, da sonst schnell das System umfällt. So, um nochmal auf den Kugelkopf dieses Statives zu kommen. Das ist ein Standard-Kugelkopf, der ist nicht vergleichbar mit dem Kugelkopf, den ich euch vorhin gezeigt habe, ist aber trotzdem noch qualitativ annehmbar. Das heißt, wir haben hier eine Arretierungsschraube. Wenn wir diese lösen, können wir den Kugelkopf quasi in alle Himmelsrichtungen kippen und bewegen. Dann haben wir hier unten eine Arretierungsschraube. Mit diesem können wir den Kugelkopf lösen, um ihn quasi um 180 Grad frei zu drehen. Und hier oben haben wir noch die Aufnahme für die Standard-Wechselplatte. Hier ist halt schön, es ist eine Standard-Wechselplatte. Wir können hier auch die anderen Wechselplatten aufbringen von diesem anderen Kugelkopf, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Wie gesagt, die Höhe des Stativs liegt bei ca. 1,50 Meter bis 1,60 Meter, je nachdem. Und wie gesagt, für den Preis für ca. 50 Euro ist das eine akzeptable Anschaffung. So, im nächsten Punkt kommen wir dann zu dem Stativ. Das ist das Billoir Pro 25. Wird von mir fast nicht mehr verwendet. Das ist auch ein schönes Einsteiger-Stativpreise im Internet. Um die 30 bis 40 Euro müsst ihr für dieses Stativ hinblättern. Wie gesagt, wir haben hier einfach solche Feststellmechanismen. Ich nehme diese einfach mal auf. Wie gesagt, es ist alles sehr leichtgängig, sehr spielerisch, sehr plastisch. Das gefällt mir persönlich nicht mehr so gut. Hier hat man dann mitunter kein gutes Gefühl mehr, wenn man seine teure DSLR auf so einem Stativ hat. Denn auch hier, es ist eine böse Wackelei und es ist auch verdammt leicht, dieses Stativ. Ich möchte mal sagen, so um die 2 Kilo schwerer ist das Stativ nicht. Und dementsprechend ist dann auch der Stand nicht mehr arg so gut. Allerdings für einen Einsteiger, der nur einen Camcorder oder eine Kamera deutlich unter 2 oder 1 Kilo darauf nimmt, der wird mit diesem Stativ relativ gut fahren. Wir haben hier einen Ausziehkopf und das hier ist die komplett ausgezogene Höhe. Ich würde mal sagen, ca. 1,60 Meter. Wir haben auch hier eine Wechselplatte. Ich mache sie einfach mal ab. Hier habt ihr halt auch wieder das Problem, diese Wechselplatten bekommt ihr sehr schwer nachzukaufen. Und wenn ihr sie irgendwo nachkauft, müsst ihr für so eine Platte zwischen 10 und 35 Euro einplanen. Das ist eine Unverschämtheit in meinen Augen. Deswegen ist das schwierig, hier weitere Platten nachzukaufen. Und mitunter mache ich folgendes. Ich kaufe mir defekte Stative inklusive Platten, schmeiße die Stative weg und benutze die Platten quasi weiter. Da muss man aber sich selber halt versuchen, irgendwie zu helfen, weil die Preise, wie gesagt, für diese Wechselplatten sind unverschämt. Schön bei diesem Stativ. Wir können eine Kamera aufbringen und den Stativkopf nochmal kippen. Das ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil, denn Stative mit diesen primitiven Kippfunktionen, sage ich jetzt einfach mal dazu, neigen dazu, die Kamera nie gerade zu halten. Das Problem habe ich dann oft, wenn ich längere Produktionen mache. Das heißt, ich drehe über eine Stunde und habe jetzt hier eine schwerere Kamera drauf, habe die Kamera schön gerade ausgerichtet mit dieser Platte. So muss ich dann nach einigen Minuten feststellen, dass trotz Festziehen dieses Systems die Platte quasi, wie ihr es jetzt gerade eben gesehen habt, abkippt und dann meine Kamera wieder in irgendeine Richtung schief steht. Vor allen Dingen in der Ausgangsposition ist die Kamera nie gerade. Das ist Mist. Das heißt, wenn ich mein Stativ komplett gerade ausgerichtet habe, wir haben ja auch hier eine kleine Lebelle drauf, würde meine Kamera trotzdem nie gerade stehen, weil durch das Gewicht der Kamera meistens die Platte leicht in diese Richtung kippt und wir können das einfach nicht ausgleichen. Also wie gesagt, nur für sehr leichte Systeme und wirklich nur für den Einsteiger geeignet. Auch im ausgefahrenen Zustand dieses Teleskoprohres, sage ich einfach mal, wird die Sache so was von saumäßig instabil, dass ich hier wirklich keine Kamera mehr draufstellen möchte, die mehr als 200 Euro kostet. Denn wenn das Ding umhämmert, ist wie gesagt alles hin. Aber wie gesagt, der Preis macht die Geschichte wett. Beim günstigsten Anbieter habe ich dieses Stativ mal für 25 Euro gesehen, beim teuersten so um die 50 Euro. Das ist aber nicht mehr gerechtfertigt, der Preis für dieses Stativ. Ach ja, noch ein kleiner Zusatzpunkt, es kann sein, dass dieser Stativ auch unter anderen Namen erhältlich ist. So, dann kommen wir zu einem Stativ, das habe ich schon Jahre in meinem Besitz, damit habe ich eigentlich YouTube begonnen. Das ist das Billoir Action Line 265. Auch ein sehr, tja, labberiges Stativ. Wir sehen es schon, wenn ich hier wackele. Es ist alles sehr wappelig, alles sehr labberig. Allerdings habe ich dieses Stativ damals seinerzeit für 9 Euro erworben und habe mir gleich ein paar mehrere gekauft. Das ist eine Art, tja, Stativ, was ich immer in meinem Kofferraum liegen habe, sodass man wenigstens irgendwas dabei hat. Ich kann euch mal das Stativ hier aufbauen. Wir sehen auch hier, es geht alles sehr leichtgängig, teilweise zu leicht. Weswegen ich dann schnell zu der Annahme komme, hier sollte man auch wieder keine schweren Kameras draufstellen. Denn hier kann man teilweise sogar die Füße im arretierten Zustand, wenn es etwas älter ist, sogar zusammenschieben. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. So, ich stelle das Stativ jetzt einfach mal hin und fahre es mal, wir sehen es hier, hier kippt schon alles ein. So, ich stelle das Stativ hier einfach mal hin und fahre jetzt hier nochmal den Kopf aus. Und das sehen wir auch ganz schnell, es ist eine sehr, sehr wackelige Geschichte. Wir können zwar dieses Stativ extrem weit ausfahren, ich würde mal sagen, so circa auf 1,70 Meter Höhe. Allerdings, hier würde ich jetzt definitiv keine teure Kamera mehr draufstellen, denn das ist sehr, sehr, sehr riskant. So, auch ein Nachteil bei diesem Stativ ist hier auch wieder das System. Ich kann hier quasi das Stativ, den Kopf des Statives wieder um 90 Grad auskippen. Wenn ich diesen Kopf zusammen mache, liegt er zwar auf, ist aber nicht vage. Ich kann machen, was ich will, er ist nie hundertprozentig vage und neigt dazu, wir sehen es hier, etwas nachzuwippen. Selbst im angezogenen Zustand bekomme ich dieses Spiel, ich hoffe man sieht es, einfach nicht aus dem Stativ heraus. Es ist halt einfach nur alles ganz billiger Plastikmüll. Und wenn ich hier jetzt quasi eine schwere Kamera drauf habe, habe ich auch hier wieder das Problem, arbeite ich lange mit dem Stativ. Im Stativ könnte es sein, dass mein Bild in irgendeine Richtung wegkippt und das passiert mir mit diesem Stativ auch sehr häufig. An sich ist, wie gesagt, alles sehr plastisch, diese ganzen Schwenkmechanismen. Man hört es schon, man hat überall Schleif- und Reibgeräusche, es läuft hier nichts sauber und gerade. Es ist halt einfach ein sehr, sehr billiges Stativ. Wie gesagt, ich habe dafür 9 Euro bezahlt. Man findet es im Internet unter extrem vielen Namen, das muss ich auch nochmal dazu sagen. Ich habe mir die hier einfach mal aufgeschrieben. Wir schauen einfach mal, unter welchem Namen ich dieses Stativ noch gefunden habe. Zum Beispiel das Raveli Poto Alpha 1,55 Meter. Das ist exakt dieses Stativ. Dann das Amazon Basic, leichtes Stativ bis 1,52 Meter inklusive Tasche. Hier kostet es ca. 21 Euro. Auch wieder exakt dasselbe Stativ, vielleicht farblich etwas abweichend, aber dasselbe Stativ. Und dann nochmal, wie gesagt, vom Billo A, das 265er. Hier wird angegeben bis 1,71 Meter. Auch wieder dasselbe Stativ. Der Unterschied bei den Stativen ist dann wirklich nur die maximal ausziehbare Länge. Aber der Aufbau der Stative ist immer exakt derselbe. Und auch die Wechselplatte. Das ist der einzige Punkt. Ich zeige sie euch nochmal. Den ich an diesem Stativ wieder sehr gut finde. Das ist diese Wechselplatte. Diese kann ich im Internet, wenn man lange recherchiert, auf Ebay teilweise für 3 oder 4 Euro nachkaufen. Da sie auf viele Stative passt oder auf viele Hersteller passt, da alle Hersteller hier dasselbe System wahrscheinlich verbauen, gibt es hier die Möglichkeit schnell, ich sage mal so im bezahlbaren Bereich an Wechselplatten zu kommen. Was nicht schön ist, diese Wechselplatte ist sehr breit. Ich habe jetzt hier eine Digitalkamera drauf mit Batteriefach oder SD-Kartenfach hier unten, deckt diese Platte dieses Fach natürlich ab und wir können das Fach nicht mehr öffnen. Das heißt, wir müssen permanent die Kamera entnehmen, um hier in irgendeiner Form noch was machen zu können. Wie gesagt, dieses Stativ benutze ich sehr ungerne. Das ist eine Art Reserve-Stativ, was ich halt immer irgendwo in meinem Kofferraum liegen habe oder irgendwo in meiner Garage rumliegen habe, wenn ich mal schnell irgendwo ein Foto machen muss oder was filmen muss. Hauptsache man kann die Kamera irgendwie aufstellen. Auch hier würde ich, wie gesagt, keine Kamera aufbringen, die schwerer als 2 Kilo ist. Eventuell besser keine Kamera aufbringen, die schwerer als 1 Kilo ist. So, dann habe ich hier noch ein kleines Spielzeug-Stativ. Ich nenne es mal wirklich Spielzeug-Stativ, denn hier sollte man auch nicht zu viel von erwarten. Das ist aber ein Stativ, das bekommt man mitunter sogar weit unter 10 Euro im Netz oder so um die 10 Euro. Hier war der Hersteller Kaiser. Ob das immer der Hersteller ist, kann ich nicht garantieren, denn der Name des Herstellers scheint hier bei dem Stativ regelmäßig zu wechseln. Also heißt das wahrscheinlich, es wird immer wieder von jemand anderem verkauft und bloß ein anderer Name aufgedrückt oder angegeben. Schön bei diesem Stativ, wir haben auch hier eine Wechselplatte. Ich nehme sie einfach mal heraus. Es ist eine sehr gaggelige Wechselplatte. Wenn man hier unten die Schraube ein paar Mal zu fest angezogen hat, bricht die Wechselplatte durch. Nur mal so als Info. Es ist halt, wie gesagt, ein schönes Tisch-Stativ. Man kann da mal ein Mikrofon draufstellen. Man kann mal schnell eine kleine Kamera aufmontieren. Man kann diese Kamera schön stabil eigentlich auf den Tisch stellen. Man kann hier diese Füße nochmal minimal ausziehen und hat dann so eine Art, Tja, ich sag mal so, man kann sich irgendwie nochmal auf seinem Tisch helfen, wenn man mit einem Stativ arbeiten will. Für den Preis, was will man auch erwarten. Aber wie gesagt, auch hier würde ich keine teuren oder hochwertigen oder gar schweren Kameras aufbringen. Das ist eigentlich nur eine Art Spielzeug-Stativ, was ich halt mal für eine kleine Lampe, für ein kleines Mikrofon oder eine GoPro oder ähnliche Kameras verwende. Nehmt ihr hier schwerere Kameras und kippt dieses Stativ so nach vorne um, ist es mir sogar schon passiert, dass der ganze Salat einfach nur so umgeschwatt ist oder quasi komplett vom Tisch runtergefallen ist. Auch ist mir schon passiert, dass diese Platte mittig durchgebrochen ist und dann plötzlich konnte ich das ganze System, die ganze Kamera mit dem Schraubmechanismus hier drin komplett entnehmen. Also wie gesagt, sollte man sich hier nicht so sehr drauf verlassen. Wer halt ein günstiges kleines Tisch-Stativ sucht, der läuft hiermit wahrscheinlich gut. Wer in irgendeiner Form Qualität erwartet, Finger weg von diesem Stativ. So und dann zum Schluss komme ich nochmal auf dieses System zu sprechen. Das habe ich auch noch in meinem Repertoire. Das wird unter dem Namen Kameradolli, Mini-Kameradolli 7 Zoll gehandelt. Wird auch von verschiedenen Herstellern angeboten. Preis hierbei liegt zwischen 20 bis 40 Euro. 40 Euro würde ich hierfür allerdings nicht mehr ausgeben. Wer es für 20 bis 30 Euro kriegt, da ist der Preis okay. Wir haben hier einfach vier etwas stabilere Räder dran. Sie scheinen in irgendeiner Form über ein Kugellager zu verfügen, denn sie laufen sehr, sehr leicht. Wir haben hier einen frei beweglichen Arm. Ich kann ihn einfach mal aufmachen. Wenn ich hier diese Schraube löse, klippt der quasi komplett in sich zusammen und können jetzt hier auf diesen Arm Dinge aufbringen wie Beleuchtungsmaterial oder dergleichen. Oder halt Kameras. Hier würde ich auch nicht arg so schwere Kameras aufbringen. Nehmt hier kleinere Kameras oder Camcorder. Schöner an der Geschichte, wir können jetzt hier mit diesem Kameradolli schöne, saubere Fahrten hinbekommen. Wenn ihr euch eine kleine Schiene aus Holz baut, wo der drin fährt, könnt ihr schöne Kamerafahrten mit diesem Dolly quasi aufnehmen. Ich benutze diesen Dolly sehr gerne um Produkte zum Umfahren bei Product Placements oder dergleichen. Oder halt um, wie gesagt, einfache Kamerafahrten zu produzieren. Einfach, wie gesagt, ein Brett nehmen, zwei hochstehende Leisten hüben und drüben anschrauben. Und schon können wir das System da drin fahren lassen. Und wir haben schöne, saubere Fahrten. Das Umfahren mit diesem Dolly geht auch sehr schön. Wir haben hier eine Arretierungsschraube an jeder Achse. Die können wir lösen. Und dann können wir hier einen gewissen Winkel einstellen. Ich stelle jetzt hier einfach mal einen Winkel ein. Und der Vorteil dieser Geschichte ist jetzt folgender. Wir können quasi, wenn wir hier den richtigen Winkel eingestellt haben, die Kamera jetzt hier drauf positionieren und können quasi ein Produkt umfahren. Ein bisschen Spielerei. Wir versuchen das mal mit einem anderen Winkel. Da wird es vielleicht etwas besser. Und schon können wir einfach hier die Kamera montieren, sie auf das Produkt ausrichten. Und dann umfahre ich hier quasi in einem schönen Radius mein Produkt. Ich stelle es schön in die Mitte und kann hier einen kompletten Schwenk um das Produkt fahren. Ich habe eine schöne, gleichmäßige Aufnahme damit erzeugt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch als Stativ werten kann. Ich habe es jetzt hier halt mal mit hineingenommen. Da ich diesen Dolly sehr gerne benutze. Und wie gesagt, für diesen Preis kann man ihn sich eventuell doch auch nochmal zulegen. Ich sage mal so, das ist gerade die Schmerzgrenze 20 bis 30 Euro für so ein System. So und das soll es mal im Großen und Ganzen zu den meisten Stativen gewesen sein, die ich normalerweise verwende. Ich verwende noch mehr Stative. Allerdings habe ich jetzt Stativen, mit denen ich extrem schlechte Erfahrungen gemacht habe oder die teilweise überhaupt nicht mehr auf dem Markt erhältlich sind. Die habe ich jetzt hier quasi in das Video einfach gar nicht mit eingenommen. Dass uns das Video viel zu lange wird. So und damit komme ich dann auch zum Ende dieses Videos. Falls ich die Links zu diesen ganzen Stativen noch finde, backe ich die euch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr euch selber nochmal die Stative näher anschauen. Hat euch das Video insgesamt weitergeholfen oder gefallen, gebt mir doch bitte mal einen Daumen hoch. Wollt ihr mehr meiner Videos schauen, hier unten in den Anmerkungen habe ich euch ein paar verlinkt. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, abonniert doch einfach diesen Kanal oder einen meiner Kanäle. Also sage ich hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Euer Marc auf YouTube.